Ah, 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 ah. Ich fand's geil, dass ich mit einer gestandenen Popgröße irgendwie irgendwie um Kanterfeld zusammen eine Ballade singe. Ich kenne ihn jetzt auch nur aus dem Radio und war natürlich auch sehr interessiert, wie jetzt die Stimme klingt. Vincenz ist ein absoluter Gewinn. Toller Sänger, die Songperformance enorm großartig. Großartig. Richtig schöne Melodien, die jetzt auch nicht unbedingt einfach sind. Es gibt Songs, die man kennt aus unseren Geschichten. Ein bisschen rockiger, Tabelluga-Style und Peter-Maffei-Style. Ich könnte mir vorstellen, dass es richtig cool wird.